Was sagst du? Mach mal weiter! Natürlich habe ich schon wieder meine Maske verschenkt. Mach mal hier rein. Nein, ich bin reingelaufen. Mit Leidsmaske, bald kriegen wir noch eine andere. Aber ich finde die Gesichter hier ganz cool von den Glipschis. Weil früher waren das ja wirklich nur so, Glipschis ohne Gesicht. Eugen? Eugen oder Eugene? Das ist jetzt hier die Frage. Eugen! Eugen! Tatsächlich! Wer ist Eugen? Deutsche, okay. So, wir fangen mal an. Okay. Nummer 2. Was hat er überhaupt für rote Schuhchen an? So, was kommt denn jetzt für ein Level? Kommt jetzt noch eins oder ist das... Secret Hall? Ich weiß es nicht. Secret Hall. Secret Hall? Ich meine, der wäre noch ein Level. Ach, yo. Ach, yo. The Lab. Ach. Ach. Das ist ein richtiges Scheiß-Level. Das ist ein richtiges Scheiß-Level. Ich finde, die ist da hin, was ich gucke. Wer wird schon mal von der Tür zerquetscht? Ich finde, das ist auch lustig, dass hier jetzt schon Torna kommt. Irgendwie so ein Achtel vom Level geschaffen und dann ja, hier kriegt sie erstmal schön ins Torna-Level. Ach, yo. Diese Dreckskiste, ey. Zwei Kisten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir haben sie alle. Und die Autos draußen gehen mir auch gar nicht auf den Sack, wenn die da rumrücken, wie die bekloppten. Nein! Dein Bild hängt der Stimme eine Sekunde hinter mir. Dann liegt er her. Glaube ich nicht. Ihr könnt ja mal klatschen. Ja. Was für Sammlung. Dann drück dich besser aus, Mann. Ich kann auch springen, 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 springen. Ich zocke mal weiter. Ich will gar keinen Checkpoint haben. Ich will das nicht machen. Das ist scheiße. Du dummer Spast, ich hab mich gedreht. Und dann hing der dumme Hurensohn an dieser scheiß Kante fest. Warum programmiert man da eine Kante hin? Was redet ihr da? Nee. Doch nicht. Warte, 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 warte. Oh, knapp. Was? Es ist auch schön, dass sie mir das erst jetzt sagt, dass das also Krone ist. Was? 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 Ich bin ja nicht schon seit fast vier Stunden am streamen. Ne, vier Stunden am aufnehmen. So. Vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, kann ich mich noch treffen, wenn er in der Luft ist? Das wäre natürlich mega ekelhaft. Hier ist der Schmeißer, ne? Die Kamera, dieser Haken. Ich kriege Krebs, wenn ich das sehe. Hier bin ich eben gestorben, ne? Hier kann ich mich noch treffen. Boah. Also gibt's doch keine Ahnung. Leute, macht mich doch nicht kirre. Meine Finger sind schon wieder so hart am schwitzen. Ich bin sicher. Wieso soll ich die Momente aufnehmen? Dann gehen doch mal. Das war schon mal. Ich bin ja. Wir haben ja. Dass ich mich in Jake's für reassert transformiert. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja sehr, ich bin ja. Ich bin ja auch irgendwann gut. Ich bin ja nicht gewollt. Ich bin ja, ne? Ja ich bin ja, ne? Ja, ich wusste, Junge, ich darf nicht sterben. Ich musste mir erst mal das Pattern angucken, damit ich da nicht direkt ins Loch reinspringen oder mich britzeln lasse. So, kommt jetzt das Secret Hall. Please. Nicely done. Thank you. Was ist das denn? Achso, das ist nach vorne dann. Dann machen wir The Great Hall, dann machen wir noch Cortex. Und dann machen wir noch die zwei Level, die da offen waren noch. Also die wir da... Äh, die wir mit dem Schlüssel geöffnet haben. ... 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